Was mir so gut an dem dualen Studium gefällt ist, dass ich Theorie gleich praktisch anwenden kann. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Christian, 26 Jahre alt und ich studiere Informatik. Bei der BSE habe ich schon eine Ausbildung zum Informatikkaufmann gemacht und daran noch ein Jahr gearbeitet, weil ich habe mich entschlossen, noch ein Studium hinten dran zu hängen. Mein letzter Einsatz bei der BSE war bei der Datenbankadministration. Dann sollte ich ein Programm schreiben, damit die Mitarbeiter alarmiert werden, wenn es Fehler gibt. In meiner letzten Abteilung war ich mit dem Kauf einer speziellen Software beschäftigt. Für eine Entschreibungsgrundlage musste ich verschiedene Softwareprodukte recherchieren und deren Vor- und Nachteile herausarbeiten. In meiner Fachrichtung gibt es verschiedene Module, wie zum Beispiel objektorientierte Programmierung. Oder zum Beispiel Softwareengineering. Oder man lernt gerade so wie ich für Embedded Systems. Apropos Lernen. Wir müssen in relativ kurzer Zeit viel lernen. Für die Praxisphase können wir uns eine Abteilung suchen, wo wir ein Projekt durchführen. Wie es sollte inhaltlich mit den Themen zur Universität passen. Wo ich in zehn Jahren stehe? Am liebsten möchte ich eine feste Stelle bei der BSE in der IT-Administration.